Hey, ich bin ja mal gespannt. Läuft es überhaupt über einen Offen-Effekt nach dem Breakdown? Offen-Effekt, du! Vom Rebe war aber grün. Offen-Effekt, du! Offen-Effekt, du! Erdbeben! Lava-Ströme! Der Vulkan bricht aus! Räuf! Wow. Yo. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, ich bin ein Schuss! Yo! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe hier die ganze Zeit! Ich habe hier den Schuss! Jooo WTF Sie taucht, dass ich wiederhabe. Krass. Kann man mal machen. Oh je. Von einigen Effekten sieht man hier vorne zwar nicht viel. Ja, hinten ist geil an, glaube ich. Deswegen fahren wir jetzt noch mal hinten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.